Are you ready? Herzlich willkommen heute Abend, 120. Hamburger Mahnwache. Ich grüße alle Versammelten hier auf der Versammlung, die angemeldet ist. Auf das Mikrofon, ja, in der Operation, ist klar. Neues Mikrofon, neue Technik. Wir sind die Alten und die Neuen, die bewegen wollen in einer friedlichen Richtung, in friedlicher Gesinnung. Und ich öffne das Mikrofon für die beiden Damen, die sich schon gemeldet hatten. Die können jetzt loslegen, wer auch immer möchte. Das Mikrofon ist offen. Ja, am besten im guten Ton, freiwillig. Hier stehen in eigenem Mut und Verantwortung. Und die Inhalte liegen bei jedem Einzelnen. Wir atmen mit den Ohren. Es geht los.